Es ist gestern Abend, als dieser funkelnde Stein auf den Bahngleisen zwischen Hauneck und Fulda einen Großeinsatz auslöst. Blau-Pink schimmert es auf dem Metall der Schienen. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, um was es sich handelt. Wir sind um 21.30 Uhr zum Austritt von Gefahrstoff hier an die Bahnstrecke in Hauneck-Unterhaun alarmiert worden. Dort ist durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn ein Gefahrstoff festgestellt worden. In Schutzanzügen sichert die Feuerwehr Proben der Substanz, sucht die gesamte Strecke, die durch den Landkreis Hersfeld-Rotenburg führt, nach weiteren Spuren des pinkfarbenen Stoffes ab. Sogar in Baden-Fulda finden sie Rückstände. Die Strecke wird für den Regional- und Fernverkehr gesperrt. Ist der Stoff giftig oder sogar explosiv? Vor Ort kann das keiner der Einsatzkräfte wissen. Diese Proben werden nach Frankfurt zur Berufsfeuerwehr gefahren, um dort weitere Tests durchzuführen und den Stoff zu bestimmen. Um halb zwei in der Nacht Entwarnung. Der Stoff wird als ungefährlich eingestuft. Der Bahnverkehr kann wieder freigegeben werden. Offenbar habe ein Güterzug etwas von der Substanz verloren. Um was es sich dabei genau handelt, muss noch ermittelt werden.